Hälfte ich dir zu Gäser immer gut das geht ne du bist so ein HIV-Virus Digga ja und du bist so ein ABS-System Antithrombose-Stolz jetzt geht das mit den schlechten Witzen weiter und du hast so ein ADHS-Syndrom also liebe Zuschauer wenn ihr keine schlechten Witze habt so eine PDL-Leitung wenn ihr keine schlechten Witze hören wollt schaltet jetzt aus mach einfach mal kurz den Ton aus jetzt dürft ihr wieder anmachen du WBL-Leitung jetzt dürft ihr wieder anmachen aber WBL ist bei mir jetzt erst aus Alter wie ich hier übergegen knalle was ist jetzt los Matze sheetet der hat irgendein Auto verhackst oder sowas ja wie immer kennst du doch Aimbot ja aber Aimbot er fährt gar nicht oooooooo fick dich hart zu scheiß hallo nur weil ihr für Klinge streichel Wandfarbe benutzt hallo du hast grade bestimmt bei mir irgendwie ein Wandanziehung sheet eingegeben oder so Wandanziehung sheet achso ja ne das hab ich eigentlich eher bei Reko gemacht komisch ich treff kaum Wände heute ne nö kannst du knicken alter irgendwann hast du keine Schilde mehr na das glaubst doch nur du wie viele Schilde hast du jetzt noch genug sag mal sieben hallo ach wo bleibt ihr denn 10% noch achso gut ok ich hab gelogen und waren neben 9 und Nico nicht schlafen ne hä schlafen ja ja vom Weg ja ach oh sieben stark noch und ich bin fertig achja ist geil wenn man soweit ist ne ja und ich warte und ich warte und ich warte und ich warte auch das ist doch was sie wartet auch nö ne ok ja hallo ach komm schon ich bin schon fast durch echt ich bin schon dreimal durch bevor ihr überhaupt reingekommen seid oh Mensch ich hab jetzt das ganze Rennen rückwärts gerade gefahren zweimal mach mal steck mir jetzt erstmal ne Banane ins Ohr ok ich finde wir sollten nachher nochmal ne kurze Pause machen würde ich sagen ok ich glaub mir das ja so ne kleine Urinierpause außerdem kann ich da mal eben alles speichern nö dass das auf jeden Fall auch da bleibt hallo hast du keine Flaschen bei dir? warum also wenn ich sauber halten kann halt ich sauber ok außerdem wie gesagt ich muss eh mal speichern so bei den ganzen Macken die ich ständig hab ist mir das sicherer scheiße Penner ich fahr jetzt rückwärts was was hast du Nico grad als Penner bezeichnet? ihr seid beides Penner nicht nur Nico ja das reicht was was hast du gar nicht fahren können die Strecke geht aber deswegen gewinne ich also noch ist nichts verloren mein Freund ach du Sacknase du bist doch erster was hast du denn? oh danke du bist doch erster was hast du denn? ja kein Thema Digga mal verpiss dich du bleib nein nein das darf nicht sein ihr seid doch eh vor mir was heult ihr eigentlich rum? ja nein nein ja wirklich für dich naja zu ah nee das ist richtig ach halt die Strecke ist doof aber machst du nicht schlafen ich darf doch gar nicht ich habe gerade eine Bananen im Mund um eine Runde mehr dreimal aber dann hat er ja wann er Geld hast du jetzt weiß ich gerade nicht guck mal nach ja gleich im Rennen und dann nahmen sie die Bananen nur noch 24 privat Rennen so Rico jetzt musst du aber was singen hast du uns versprochen hab ich gar nicht ja klar ja ich hab das wohl gehört guck doch das Video nach meinst du ich guck mir jetzt die ganzen zweieinhalb Stunden an um zu sehen ob ich das gesagt hab hast du glaub uns doch einfach man ich hab voll abgestritten was du laberst echt du hast gesagt ich singe euch in der nächsten Folge ein Lied ja die nächste Folge ist leider schon vorbei ne schade ne nein kannst du ja nicht wenn es nur die nächste ist komm uns mal nicht so mein freund ja ich schaue in die zukunft komm sing dann los mach mal durch den mansoon-durbel ha 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 nö mach mal mach mal komm schon ich singe nicht NEIN Warum nicht? Weil ich nicht gerne denke. Du bist wieder Frosch, Alter. Du bist die Kuh. 232.701. Okay. Nur weil es gestern heute war. Oh, mach! Voll der Brenner, ey. Der muss erst mal beide aus. So, erschief mir komplett. Powering up, 250 Power-ups benutzen. Wie viel? 250 hab ich jetzt genau. 250, weißt du, wie viel ich... Ich will dich doch gar nicht wissen, man. Jetzt auch zu posen, nur weil du Dauersuchst und ich halt nur in diesem LP fahr. L.P.T. bitte. Oder spielst du uns alle? Eines Tages vielleicht? Okay. Boah, Maka, ich zieh mir auf den Weg, Mann! Alter! Maka! Was denn? Weil du übertreibst. Weil du nicht fahren kannst. Alter! Äh, in your face! Pädopenispumpe! Du bist eine Pädopropellerpenispumpe. Und du könntest nicht fahren. Du könntest nicht fahren. Deine Mutter kann nicht fahren. Ja, das ist nicht wahr. Ich fahr hier einen Scheiß zusammen, das ist unglaublich. Und das ist eklig. Leck mich. Ich hab' ehrlich. Oh, nicht schon wieder! Schon wieder, Alter, ich glaub's nicht! Du bist so ein Penner, ey! Oh! Ich krieg mich nicht mehr ein, ey! 0,25 Sekunden! Ja, ich bin halt gut. Und nochmal 10.000, danke Nico! Halt die Grasche, ey! Herr Rico, wie viel hast du jetzt eigentlich? Das hab' ich dir eben gesagt, am Anfang des Rennens. Ich werd' nicht sagen, dass ich ein Drei-Sterne-Dings bekommen habe, ne? Aber... Du hast keinen gekriegt, ne? Ein Drei-Sterne-Skill. Ja, zwei-Skill. Oh, das war knapp. Eine Sekunde! Ich hab' 264.000. Nico hat gewonnen. Bereit Regeneration. Bist du rausgegangen, Matze? Ja. Warum? Weil ich endlich mal eine andere Strecke fahren möchte. Dann würd ich sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich hab' weh. Okay. Und dann bis gleich! Tschüss! Das sagt er jedes Mal. Ja, stimmt. So langsam wird's langweilig, such dir mal ein neues Hobby. Äh, neues Thema. So, und auf geht's zum Endspurt! Cool! Mit Strom! So, Clay Reborn! Ich hab' ein Silver Pack bekommen! Wow! Race-Engine ist da drinne. Street-Force-Daction, 13.000, Cash, Street... Was? Ich glaub' ich muss jetzt erstmal ganz kurz ins Safehaus gehen. Ja, ich hab' ein dinges Silver Pack bekommen. Was mach' ich jetzt eigentlich mit Soma 34.000 Geld, ey? Schlafen. Ach, Performance. Soll' ich schlafen? Ja. Ich hab' mir grad' einen Milchkaffee gemacht. Das ist so eklig, ne? Äh... Das ist natürlich schlechter. Und die Race-Suspension 349. Und auf 399 musst du, ne? Und dann? So, nun hab' ich einen Overall von 364. Okay. Jo. Hova. Du. Jo. Genau. So, also ich bin fertig. Auf zum... Auf zum letzten Rennen? Jo. Wer sucht aus? Ich? Gut, mach' ich. Ähm... Ähm... Wow, es hat mal geklappt, was Rico uns eigentlich hat. Und wir alle drin sind. Wir nehmen mal den da. So. Ich... Ey, ich glaub' Bananen und Milchkaffee geht echt nicht zusammen, ey. So. Yeah. Das schmeckt... Was denn? So. Ey, aber das... Aber das... Need for Speed redert ganz schön. Da fahr' ich aus der Hout, ey. Finde ich ganz schön abgefahren. Meint ihr nicht auch? Need for Speed redert ganz schön, oder? Hahaha. Nein. Mhm. Das ist halt anstrengend, weil du die ganze Zeit auf mutilende Sachen guckst und immer nur eigentlich das Gleiche machst. Ach, ihr glaubt doch nicht, dass ich mit euch meine Nummer schüttere. Ja, das ist mir jetzt wohl ohne Witter. Also ich finde das schon nach der Zeit das Verständnis. Ich würde dich auch gerne mal in Schnee capten. Ja. Hab' ich jetzt auch gespielt übrigens? Jo. Ich find das cool, dass du die Radiosender anern kannst. Hahaha. Das wie Leute können nicht verstehen, wenn ich jetzt... Das ist doch so das Highlight an dem Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Echt? War gut? Hahaha. Ne, also wie gesagt, also... Kannst du doch Autos fahren? Es ist jetzt zwar von der Geschwindigkeit her nicht das Gleiche wie hier. Ja, kannst du? Das ist sogar voll witzig auch. Aber wenn du so eine ganze Stunde lang immer nur auf den Bildschirm guckst und durch ihn fährst, Und? Der Samstag hat das auch so an seiner Ende vielleicht ganz gut im Arsch. Solltest du nicht tun. Solltest du aber nicht tun. Umso mehr, umso weniger. Erstens ist das, zweitens ist die der LKW kaputt. Drittens kostet es dich, dein LKW zu reparieren. Umso mehr, umso kaputt er die Traste ist. Umso mehr, umso weniger Geld kriegst du. Und? Und, ähm... Du kriegst dann die ganze Zeit. Äh, Unfallgeldbußen meine ich jetzt. Ach ja, darfst du ja gar nicht, ne? Darf doch nicht über Roten Ampeln fahren? Also bei Roten Ampeln fahren, kriegst du auch eine Geldbuße. Der Typ, der bei der GEMA die Namen aufschreibt, ist ein Wichser. Auf gar keinem? Nein, ich hab letztens angefangen. Richtig GEMA. Ich hab meine eigene Musik, ne? Weil ich da einfach mal nachgucken wollte, was es nun. Und, äh, hab dann, äh, Radio Metal gehört. Aus Frankreich. Kann ich nicht empfehlen. Richtig guter Sender. Hallo, die haben Rammstein, Metallica. Und, äh, äh, ja, ganz ein Roses, Iron Maiden, ACDC, KISS. Also wirklich Klassiker. Der ist gut, ja. Der ist gut, ja. Das ist so cool. Naja. Ich hör den auch meistens. Naja, das weiß ich ja. Wenn ich. Weil ich fahr ja auch mal Singleplayer, also ich fahr ja nicht nur fürs LP. Ne, und im LP hab ich dann halt meine eigene GEMA-freie Musik. Ja. Ich find's immer ganz entspannt, du fährst halt über die Autobahn und hör das Super Mario. Ja. Ja. Aber man gewöhnt sich dran. Was mich immer anpisst ist, wenn ich, wenn ich mich aufs Regen konzentriere, mich grad so überfreue, gut mal ein bisschen Speed zu haben und dann verpasst du die Ausfahrt. Ja, und da musst du warten, bis du irgendwann drehen kannst. Ob so, ja, ich hab das jetzt schon mal nicht. Jetzt hab ich ja letzte Aufnahme, aber da war ich so angepisst, deswegen, weil mir das dreimal hintereinander passiert ist. Da hab ich einfach mitten auf der Straße bin ich ungedreht, um die Ausfahrt noch zu kriegen. Das nicht. Nein, der war klar. So, das war ich letzte Relle, ne? Gut, dann, ja, dann nehm ich mein Mann noch alles in Kauf hier, so, zack. Ha, alles in Kauf. Ne. Alter, was machst du da? Der war richtig scheiße. So, Nico. Und mit meinem Ladebildschirm, der hoffentlich gleich weggeht. Hast du gehört, Nico? Geh endlich weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Der ist connected. Wer? Geh weg. Sayonara. Geh weg. Geh weg. Tschüss. Tschüss.